Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch, wie man heute den Elder-Stab bekommt. Rein theoretisch auch noch von Beatrix und mehreren verschiedenen. Bei der Mod kann man sogar noch den Zauberstab-Griff ändern. Ich mag es lieber original, aber ich zeige euch natürlich jetzt, wie es geht. Und zwar müsst ihr einfach in die Videobeschreibung gehen. Und dort tue ich euch mehrere Links rein, von zum Beispiel Beatrix, ihren Zauberstab. Es gibt aber noch mehrere. Ich balle euch einfach ein paar da rein, sucht euch einen aus, guckt euch um. Es gibt natürlich noch mehr. Ich kann natürlich nicht alle reinpacken. Bei dieser Mod jetzt, die ich euch zeigen will, ist sogar speziell, dass ihr auf jeden Fall auch den Griff mit ändern kann. Was schon mal sehr cool ist. Und zwar müsst ihr jetzt auf Files. Dann geht ihr hier auf Manual Download und ladet euch das Ganze einmal runter. Wenn ihr es runtergeladen habt, dann habt ihr hier eine Elder-Rand-With-Handles-Mod. Ja, eine ZIP-Datei. Die müsst ihr mit Rechtsklick einfach mal entpacken mit Winra. Ja, auch das ist der Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr es entpackt habt, bekommt ihr diesen Ordner raus. Und dort habt ihr diese drei Dateien. Was ihr jetzt macht, ist bei Steam reinzugehen, Rechtsklick bei Hogwarts Legacy zu machen, auf Eigenschaften zu gehen, lokale Daten durchsuchen. Und dann kommt ihr zu diesem Ordner hier. Und wenn ihr bei diesem Ordner seid, geht ihr auf Phoenix, ja, Content, dann auf Pacts, ja. Und dort müsste ein Mods-Ordner drin sein. Wenn ihr noch keinen habt, ja, dann tut euch einfach einen Mods-Ordner erstellen. Wichtig ist davor, dieses Schleifchen hier, kann ich auch mal Copy-Paste-mäßig unten in die Videobeschreibung knallen. Da ballert ihr diese drei Ordner rein, ja. Also das ist jetzt diese drei hier. Und wenn ihr die habt, ja, dann könnt ihr ganz einfach wie ich den Ender-Van in dem geilen Game benutzen. Natürlich auch mit Griff. Und so funktioniert es auch bei den anderen Zauberstäben. Sind alle gleich. Aber, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked, abonniert, schreibt Kommentar. Und schreibt auch natürlich gern, was für eine Mod ihr als nächstes sehen wollen würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bis denn. Tschüss.